Es ist nur eine Parallelquest, so schwer ist sie nicht. Warum muss ich nicht mehr Fußball mit dem spielen? Was ist denn? Wieso ist das zufrieden? Und wir sagen wohl immer, es ist alles sehr cool. Das ist doch immer cooler. Hörst du dir nicht zufrieden, wenn ich ein Blut auf mich lande? Nichts. Nicht nur zufrieden, wenn ich einen Blut auf mich lande. Was ist mit dieser Kraft? Auszauber aufgeworfen Muss ich jetzt hoffen? Ah Moment, da steht ein Flieger Wie der bescheuert aussieht Ah, da kann der Fall in Slash Aufmarsch Miles Das ist das, er kann entgegelt absehen, das hat braucht Ausdauer Der Sieg, also Bestlicher Hauptshot, yay Da sind die beiden auch gelandet Oho, das sieht schon ab jetzt Ich werde wirklich Spaß machen Was mir stört ihr, dass man hier nichts kaputt machen kann, aber fast Du hast auch das Blut von einem Saiyan 2 Ja, das ist wirklich interessant Das ist wirklich interessant Ich würde mich für dich Ich würde mich für dich Da ist er getroffen, aber es gibt noch einen Südenflapen. Meine Frasse, ey, Jungs! Ja, zu spät, Tom Gohan. Und zack! Hört sich mal auf, den so weit wegzuschleudern. Das hätte nicht so gut gestreffen können, aber hat's nicht. Lass ihn, lass ihn. Lass ihn, lass ihn! Wie kann ich... ...ein Saiyan... ...lass ihn! Die Übersetzung ist rotz. Die Übersetzung ist eindeutig nur rotz. Oh, hey, noch ein Kämpfer. Ne, ich hab'n Schuh. Ja! Ja, halt mich! Ich hab' ne Einschlemmte! Ist aber nett. Okay, erst zur Capsule-Körper. Moment, das ist auch kein Wort. Was? Als ein Kämpfer ist, du solltest genau wissen, was die Welt passiert. Wie soll ich dich ansehen? Lass mich euch zeigen... ...ein reale Kraft eines Kämpfer! Hi! Die Krämpfer! Achtung! Es ist Zeit für dich, die Arbeit zu kommen. Eine Töne mit einem Kämpfer und einer Krämpfer und einer Krämpfer, Sie zeigen! Au. Er zählt auf mich. Super. Hab ich getroffen, Dirk. Der Kollege muss den Gegner zu mir mit drei Klingen auf einmal rumschlagen. Und einer von denen spielt Fußball mit ihm. Man kann das jetzt mit einem Kuchen machen, ey. Trist nicht, aber egal. An 80. Oh, das ist der Kuchen. Ich sehe die Leute, nein. Ah, na 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 na. Ja. Ja, ne? Denk ich mir immer genau auf! Das ist ja... Ich kann mal heißen, ich weiß, dass ich kaputt machen kann. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Im Ernst, ich hasse es, dass die Strahlen hier nicht treffen. Das ist möglich! Oh Gott! Oh, jetzt kommt noch einer. War ich schnell genug? Oh, shit. Ihr beiden Wichser! Moment, Fähigkeit halten? Ich bin das stärkste, der in dieser Welt gekannt hat! Oh, jetzt ist es Zeit, um zu schlafen! Oh, jetzt ist es nicht Zeit, um zu schlafen! Okay, Jungs, es ist ja toll, wenn ich Janna retten kann. Warte, du bist der schnellste der Welt! Komm her und hilf mir! Schneller! Ich bin hier oben, du Penner! Ich bin hier oben, ich bin hier tot. Aber ich bin gleich wieder da. Äh... Ey, ist das ein Witz? Boah! So, Peter ist down! Na! Okay, warte also gut wie du da was an hoher geht, ist die da. Na! Ich muss das noch mit dem Ausrechnen üben nach dem Dauer verspüllen. Und zack. Okay Madame, richtet mich auf den Gegner aus, wenn wir das schon machen. Zwei Sterne halten, yeah! Oh ja. Levelaufstieg. Oh, zwei Sterne Dragon Ball, ne, meine Stärke hat sich. Okay. Äh, ich glaube ich glaube ich schon. Armcrash ist neu und Brecherangriff auch. Ach, wie gehst du am besten Listen? Echt jetzt? Gut, ich habe den zweiten Dragon Ball und damit die zweite Errungenschaft dafür. Aber erstmal zu ihm. Hm. Oh, hast du sie gefunden? Ja. Du hast sie gefunden. In Ordnung. Ich denke nach wie du die nötigen Dinge finden kannst. Objektiv zu finden ist wie zu kämpfen. Mein Vater hat sich überschätzt und gegen die Fesselungswelle verloren. Also das macht Fuba. Mit der richtigen Taktik kann aber auch jemand Schwaches gewinnen. Objektivfähigkeit nutze alles was du hast um zu gewinnen. Wer hat sie gelassen ist gehört dir. Videos einsetzt hängt nur von dir. Ja. Ich wäre ein guter Dämon. Und keine Hünderse Tötungsmaschine. Oh Mann. Oh, muss doch mal sehen was die Seele so bringt. Ja. Es ist typisch wie geht es ja richtig geil. Meist. Scheiße. Wenn ich so viel Anruf klauen würde. Ah. Dann habe ich gekriegt. Fähigkeiten. Ich habe ja neue Fähigkeiten bekommen. Nein. Schade. Äh. Fuck. Kehrt. Wenden. Brecherangriff. Ja die Super Explosion solltet sich das vor. Stück kostet genauso viel. Hä. Ne was anderes möchte ich hier nicht ausrüsten. Noch nicht. Hat sie gut. Ein bisschen auf die Grunde gefangen muss man ja auch gehen. Ja. Ich muss immer mal fragen wie eure Charaktere heißen. Oder genau. Seht ihr das letzte Mal an. Wie heißen eure Charaktere denn hier im Spiel? Ist mir egal welche Rasse die sind oder was. Ich würde sie wissen. Gut. Dann lassen wir es mal wieder mit Let's Play Dragon Ball Xen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.